Jo, hallo zum nächsten Trader. Ihr seht es jetzt hier auch wieder eingeblendet. Danke liebe Diana für deine Zusendungen. In diesem Witt, ja in diesem Hauptwitt ausschließlich deine Beiträge hier verarbeitet. Ich kenne die Diana jetzt schon auch recht viele Jahre lang. Ich mag sie ungemein. Ich würde auch sagen, das ist meine aller allerbeste Freundin. Wir sind uns aber nicht in allen Themen komplett konkurrent, macht aber nichts. Und ich habe jetzt nochmal so ein Danke-Video rausgeschickt für Sie, weil Sie mich jetzt hier auch schon seit vielen Wochen, Monaten, nein, ja gut, weiß ich jetzt nicht, ja doch, Monaten, Wochen, Tagen, Wochen, Monaten, dann immer wieder versorgt hat mit Beiträgen. Und dieses Dankeschön-Video jetzt für Sie. Und wenn es ihr euch angucken wollt, natürlich sehr gerne bei VK, bei BitChute und die sich den Trader bei WignusTV aufrufen, wisst ihr ja, den entsprechenden Link in die Browserzeile rein, ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Alright!